Liebe Hörer, diese Sendung können Sie vollständig auf kontrafunk.radio hören. Hier gibt es aus lizenzrechtlichen Gründen nur eine gekürzte Version. Hallo und herzlich willkommen bei Kontrafunk aktuell am Dienstag. Am Mikrofon begrüßt Sie Marcel Joppa. Schönen guten Tag. Die Wissenschaft sagt, mit diesen Worten beginnen nur allzu oft Reden von Politikern, um eine eigene Agenda zu begründen. Beobachten lässt sich dies sowohl bei der Corona-Thematik als auch mit Blick auf das Klima oder das erst jüngst in Deutschland beschlossene sogenannte Selbstbestimmungsgesetz. Widersprechende Meinungen und Fakten werden immer wieder ignoriert oder sogar verboten. Drei Beispiele dafür möchte ich Ihnen heute vorstellen. Da wäre etwa der sogenannte CO2-Rechner auf der Webseite des Umweltbundesamts, einer Unterbehörde des Deutschen Umweltministeriums. Wer dort mitmacht, muss sensible Daten eingeben und das Ergebnis ist eigentlich immer gleich, der Mensch ist viel zu verschwenderisch. Welche Widersprüche dieses Instrument aufweist und wer hier die Fäden im Hintergrund zieht, darüber spreche ich gleich mit Prof. Dr. Andreas Schulte, Inhaber des Lehrstuhls für Waldökologie, Forst- und Holzwirtschaft an der Universität Münster. Der zweite Fall führt uns dann in die Schweiz. Dort wollte sich ein 13-jähriges Mädchen einer Geschlechtsumwandlung unterziehen. Die Eltern waren dagegen. Doch Unterstützung erhielt die Tochter von der Schule, von Ämtern und sogar von Gerichten. Darüber und auch über die Folgen des in Deutschland neu beschlossenen Selbstbestimmungsgesetzes unterhalte ich mich in dieser Sendung mit dem Rechtsanwalt Dr. Felix Böllmann von der Alliance Defending Freedom International. Mit einem Fall von unterdrückter Meinung und juristischen Konsequenzen hat auch der Berliner Immobilienunternehmer Jörg Kuttig zu kämpfen. Er veröffentlichte in den vergangenen Jahren kritische Beiträge zum Thema Corona auf der Online-Plattform LinkedIn. Mit Verweis auf wissenschaftliche Erkenntnisse der WHO wurden einige davon zensiert und gelöscht. Er setzte sich dagegen zur Wehr und was dann folgte, wird Herr Kuttig heute mit uns teilen. In einem Kommentar von Daniel Matissek geht es dann schließlich um die aktuellen Unruhen in Großbritannien und was all das auch mit uns zu tun hat. Soweit unsere Themen heute hier bei Kontrafunk aktuell. Sie hören Kontrafunk aktuell am Dienstag. Wer das Klima retten will, der muss CO2 einsparen. So die Erzählung von Regierungen und Medien. Und obwohl es bei dem Thema alles andere als einen wissenschaftlichen Konsens gibt, müssen sich Wirtschaft und Bürger einer Null-Emissions-Politik unterordnen. Nun hat das Umweltbundesamt in Deutschland auf seiner Webseite einen sogenannten CO2-Rechner veröffentlicht. Hier kann jeder testen, wie groß der eigene CO2-Fußabdruck ist. Doch was steckt eigentlich genau dahinter? Darüber spreche ich jetzt mit Prof. Dr. Andreas Schulte, Inhaber des Lehrstuhls für Waldökologie, Forst- und Holzwirtschaft an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster. Schönen guten Tag. Hallo Herr Jopper. Herr Schulte, bei dem CO2-Rechner kann man eine ganze Reihe von eigenen Daten eingeben. Was ist denn der Zweck dieses Werkzeugs? Ja, wenn man den offiziellen Zweck des Umweltbundesamts nimmt und zitiert, dann steht da, mit dem CO2-Rechner kann jeder seinen persönlichen CO2-Fußabdruck bestimmen und optimieren. Systemimmanent gibt es jedoch mal mindestens einen überhaupt nicht verdeckten staatlichen Umerziehungsauftrag, so würde ich das nennen. Bürger sollen ideologiebasiert dazu gebracht werden, CO2-Emissionen, wie in ihrer Einleitung ja gesagt, durch Änderung des Lebensstils zu reduzieren oder, um es wie die Grün-Chefin Katrin Göring-Ecker zu sagen, sich auf einen Wohlstand des Weniger einzulassen. Also weniger Wärme, weniger Mobilität, weniger Urlaubsreisen, dafür mehr Fahrrad, mehr vegane Ernährung, mehr grüne Geldanlagen etc. Aber aus meiner Sicht noch ekelerregender, schon auf der Startseite des UBA-Rechners werden sie auf eine Website von Klix gelockt. Jetzt muss man nicht wissen, was Klix ist, wusste ich bis letzte Woche auch nicht, für die sich der erst 2020 gegründete Verein 3 fürs Klima e.V. vertreten durch einen Herrn Dr. Michael Billharz verantwortlich zeigt. Nun muss man wissen, Herr Billharz ist zeitgleich Mitarbeiter des Umweltbundesamtes und dort für den CO2-Rechner mitverantwortlich. Das wird dem normalen Nutzer des CO2-Rechners aber so erstmal gar nicht klar. Ups, das halte ich für einen erneuten Skandal. Nachdem der CO2-Rechner des UBA, für den ein Dr. Billharz mitverantwortlich ist, ihnen ein schlechtes Gewissen gemacht und ausgerechnet hat, wie viel CO2 sie zu viel emittieren, können sie auf der Seite von Klix, also eines eingetragenen Vereins, 3 fürs Klima, für die ebenfalls Dr. Billharz verantwortlich ist, sofort per Mausklick für CO2-Kompensation spenden. Ich habe das mal für mich ausgerechnet, also 10 Tonnen CO2 laut Rechner machen dann hier 250 Euro Kompensation für diesen eingetragenen Verein. Es gibt auch einen zweiten Spenden-Button, ermöglicht Ihnen übrigens auch, den Verein dann direkt zu unterstützen, zugesätzlich. Was man wissen sollte, was da allerdings nicht steht, ist, dass das grüne Wirtschaftsministerium diesen eingetragenen Verein bereits wohlwollend bis 2026 mit rund 528.000 Euro fördert. Das heißt, einen sehr, sehr jungen Verein wohlgemerkt. Das klingt mir nach einer Win-Win-Situation für Herrn Billharz. Ja, also so richtig offenkundig ist es nicht, weil sonst wäre ich da schon eher drauf gekommen und andere gegebenenfalls auch. Also man muss schon ein bisschen recherchieren. Aber für mich, das kann nun wirklich nicht Aufgabe von einer Behörde mit 1.600 Mitarbeitern und einem Etat von fast 180 Millionen Euro sein, für Vereine von Mitarbeitern prominent Werbung zu machen. Mindestens müsste das mal gekennzeichnet sein, sodass man sofort merkt. Ist aber ein gutes Beispiel für die grünen Lobby-Organisationen im Vorfeld von grünen Ministerien, die mit allen erlaubten bis grauen Mitteln hier mal so unterstützt werden, gepusht werden. Mindestens aber mit viel Steuergeld. Ich warne deshalb in meinen Videos zum Thema aus den unterschiedlichsten Gründen vor dem Gebrauch des UBA-CO2-Rechners. Hätte ich Ihre Warnung mal früher gehört, ich habe mir den Rechner selbst mal angeschaut, da werden ja tatsächlich eine ganze Reihe von Lebensbereichen berücksichtigt. Welche Parameter werden denn da im Einzelnen abgefragt? Faktisch alle Bereiche Ihres Lebens, für mich erschreckend, also Details zum Wohnen zum Beispiel, Quadratmeterzahl und so weiter, Strom, Mobilität, alles was Sie an Mobilität so vorzuweisen haben, wird abgefragt, die Anzahl und die Art und Weise Ihrer Urlaubsreisen. Und dann wird es noch spannender, selbst zur Ernährung und sehr interessant unter der Rubrik Sonstiges, zum Beispiel Ihr Haushaltseinkommen, beziehungsweise wie hoch Ihre klimafreundlichen Geldanlagen sind oder Ihr Monatsbudget für kulturelle Dienstleistungen, also Theater, Kino und so weiter. Auf gut Deutsch alles eben. Erschreckend aus meiner Sicht. Konzentriert sich der Rechner denn dabei ausschließlich auf CO2 zur Berechnung oder werden auch andere Treibhausgase berücksichtigt? Laut Startseite wird Methan und Lachgas berücksichtigt, aber angegeben werden die Gase nicht explizit, sondern CO2-Äquivalente. Das heißt, es könnten, das ist nicht transparent, auch andere Treibhausgase, welche weiß man dann nicht, in die Kalkulation pauschal eingehen. Dies erschließt sich dem Nutzer beim Gebrauch des Rechners allerdings nicht, was mit welcher Methode wie in das Ergebnis eingegangen ist. Was mir direkt aufgefallen ist, der Rechner vergleicht auch sofort den persönlichen CO2-Fußabdruck mit dem durchschnittlichen CO2-Ausstoß in Deutschland. Sobald man jedoch ein Auto hat oder eine Flugreise unternimmt, liegt man ja direkt über dem Durchschnitt. Wie valide sind also die Zahlen, die das Bundesumweltamt da berechnet? Welche Aussagekraft haben Sie? Aus meiner Sicht wenig, aber offenkundig ist das Narrativ. Sie sollen halt ein schlechtes Gewissen bekommen. Und das ist jetzt eine Unterstellung, möglichst dieses schlechte Gewissen durch eine Kompensation, die wird ja auch angeboten, dann bei Klicks beruhigen. Also für mich, die Methoden werden im Rechner selbst nicht erläutert. Die sind also nicht unbedingt transparent, wenn man ihn nutzt. Mir erschließen sich persönliche Ergebnisse gar nicht. Also wenn man sich die Startemissionen von PKWs anschaut und mittlerweile nun deutlich wissenschaftlich hundertmal belegt ist, dass die bei Elektroautos extrem schlecht sind aufgrund der Verwendung von Lithium und so weiter, dann ist die geringe Differenz zu einem Dieselauto erstmal schwer zu erklären. Also helfen könnten dann 44 Seiten Hintergrundinformationen des Umweltbundesamts, wenn Sie den Zugang darauf haben. Und eine Vielzahl nicht publizierter Literatur und Datenbanken, wenn Sie den Zugriff darauf hätten. Das macht dann allerdings schon ein paar hundert Seiten. Helfen tut das wahrscheinlich trotzdem nicht, weil Sie müssten schon Spezialist sein, um das erschließen zu können. Sie haben ja auch gerade schon gesagt, die Daten sind teils sehr persönlich, die man angebt, wenn es etwa um das Einkommen, Alter, Lebensgewohnheiten geht. Was macht denn das Bundesumweltamt mit diesen Daten? Hat mich tatsächlich auch interessiert. Wird ja dann auch angegeben auf dem typischen Datenschutzbutton. Aber Sie müssten wirklich einen expliziten Fachjuristen zig Seiten zum Datenschutz lesen lassen. Falls einen das interessiert, normalen Menschen erschließt sich das eh nicht. Es dürfte aber für eine deutsche Behörde eher überreguliert sein. Lassen wir das mal dahingestellt. Wir sind ja in Deutschland, was Datenschutz angeht. Da sind wir sicherlich Weltmeister. Aber viel spannender ist, Sie werden ja auf der Startseite eigentlich auf die Projektseite von Klix gelockt. Und die Frage für mich ist, was macht dieser eingetragene Verein mit Ihren extrem vertraulichen Daten, wenn Sie auf der Startseite des Umweltbundesamtes sich darauf einlassen, zu Klix zu wechseln? Also der e.V. greift dann intimste Daten von Ihnen ab und versichert Ihnen, dies zu speichern beziehungsweise auszuwerten, strikt wissenschaftlich natürlich nur zu Forschungszwecken. Da fällt mir wirklich gar nichts mehr zu ein. Solche CO2-Rechner, die gibt es ja bereits seit Längerem. Gibt es eigentlich Zahlen dazu, welche Resonanz solch ein Werkzeug hat? Ob es tatsächlich nennenswert genutzt wird und ob sich damit ja auch die Investition von Steuergeld darin rentiert? Ja, also die Steuergelder rentieren sich definitiv. Allerdings weiß ich erstens nicht für die Bürger, sicherlich dann für eine ganz bestimmte Gruppe. Das Uber sagt, über drei Millionen Personen haben den Rechner seit 2008 genutzt. Seitdem gibt es den auf dem Markt immer weiterentwickelt. Nachprüfbar ist das natürlich nicht. Im ersten Quartal 2024 sollen es also gemäß Süddeutscher Zeitung 80.000 Nutzer gewesen sein. Also spannender fände ich auch weniger die Anzahl der Klicks, welche völlig verstrahlten Bürger in einem sehr jungen Spendenverein ihre intimsten persönlichen Daten anvertraut haben. Natürlich nur zu Forschungszwecken, versteht sich. Gegebenenfalls auch ohne das zu wissen, denn die haben ja erstmal eine Webseite einer Behörde gestartet. Also das wäre eine spannende Größe, die man natürlich nicht ermitteln kann. Sie selbst kritisieren auch, dass der CO2-Rechner die Energiegewinnung aus Holz diskriminiert. Wie weicht er bei der Berechnung von Holz und Holzpellets aus nachhaltiger Waldwirtschaft von wissenschaftlichen Erkenntnissen und auch geltendem Recht ab? Ja, zur Überraschung aller, die sich damit beschäftigen, seit neuestem also ordnet der UBA-CO2-Rechner einer Tonne Holz oder auch Holzpellets über 1,7 Tonnen CO2-Nettoemissionen zu. Das ist völlig faktenbefreit und war bis März 2024 im gleichen Rechner noch null. Holz galt also im gleichen Rechner als CO2-neutral, was es auch seit Jahrzehnten gemäß Sachstand der internationalen Wissenschaft ist. Deshalb sage ich auch, nicht nur ich natürlich, diese Änderungen im Rechner verstoßen auch gegen geltendes EU- und Bundesrecht, die diesem wissenschaftlich fundierten Sachstand ebenfalls seit Jahrzehnten folgen. Also begründet wurde dies durch eine, nennen wir es, Studie, die aus dem Himmel gefallen ist, die das UBA in ihrem Umfeld selbst beauftragte. Diese Studie ist so grob fehlerhaft, dass ich sie nicht mal als Seminararbeit im ersten Semester durchgewinnt hätte. Inwieweit widerspricht die Darstellung in diesem CO2-Rechner den Informationen, die beispielsweise auf der eigenen Webseite des Umweltbundesamts oder der des Ministeriums für Landwirtschaft und Ernährung veröffentlicht sind? Also diese sogenannte bilanzielle CO2-Neutralität von Holz wird auf der eigenen Webseite des UBA seit 1991 in der Treibhausgasbilanzmeldung Deutschlands bis heute akzeptiert und publiziert. Das UBA widerspricht sich also komplett selbst, um 360 Grad, um mal unsere Außenministerin Baerbock zu zitieren. Nun, es wurde nicht nur extrem stümperhaft, Dr. Marlboro beauftragt zu belegen, dass Rauchen gesund sei. Man vergaß auch Cem Özdemir aus der eigenen Partei zu benachrichtigen. Wenn der CO2-Rechner schon dumm dreist, wissenschaftliche Erkenntnisse leugnet und gegen EU- und Bundesrecht verstößt, sollte die Umweltministerin des UBA, das Umweltbundesamt, wenigstens vorher dafür sorgen, dass der aus der eigenen Partei stammende Bundesagrarminister, hier also der Herr Özdemir, seine Aussagen auf der Website an diese neuen Erzählungen, Narrative anpasst. Sonst ist das einfach nur stümperhaft und lächerlich. Also der schreibt auch, stand heute Morgen, habe ich nochmal recherchiert, auf seiner Website, Zitat, Bio- und Holzenergie trägt auch erheblich zur Verringerung des Ausstoßes von Treibhausgasen bei, da es bei der Nutzung von Biomasse zur Energieerzeugung nicht mehr CO2 freigesetzt wird, als zuvor von den Pflanzen aufgenommen. Es ist genau das Gegenteil von dem, was der Rechner des Umweltbundesamtes nun macht. Ich rate den beiden grünen Ministerien zur Bildung einer Gänseblümchengruppe, um mal auszudiskutieren, wer denn nun Recht hat. By the way, 99 Prozent der Wissenschaftler stimmen übrigens mit Cem Özdemir überein. Welche möglichen Motive hat denn das Bundesumweltamt bei der Gestaltung des CO2-Rechners? Was sind da Ihre persönlichen Einschätzungen? Ja, da sind ja viele Wissenschaftler. Also meine Meinung ist, die glauben diesen Blödsinn selbst nicht. Aber die Bio-Holzenergie steht als einzige alternative Technologie noch der Wärmepumpe im Weg. Erdgas, Öl und Kohle sind ja bereits verboten, wissen alle. Aber der Absatz von Wärmepumpen ist extrem in den Keller gerauscht. Wen wundert es nach dem völlig versemmelten Gebäudeenergiegesetz von Habeck und dem offenkundigen Lobbyismus dahinter? Mit dieser Entlassung des damaligen Staatssekretärs Greichen, der auf eine einmalige Art Inkompetenz, Lobbyismus und Arroganz bei seiner ja nun nachgewiesenen Vetternwirtschaft verbunden hat, ist ja die Ideologie zugunsten der Wärmepumpenhersteller und der Wind- und Solarstromproduzenten überhaupt nicht kleiner geworden. Im Gegenteil. Abschließend, Herr Schulte, Sie selbst, Sie ziehen jetzt auch Parallelen zu früheren Skandalen des Bundesumweltamts, beispielsweise um Fake-CO2-Zertifikate aus China. Welche Parallelen sind das? Der Skandal des Umweltbundesamtes um diese Fake-CO2-Zertifikate aus China hat den Steuerzahler ja auch Milliarden gekostet. Aber darüber hinaus schadete er auch massiv der gesamten Bioenergiebranche, auch Holzenergiebranche. Mindestens denkbar ist also, dass dieses sehr laute Wegschauen des Umweltbundesamts trotz zahlreicher Hinweise aus den Verbänden und vielen Berichten in den Medien erklärt. Bis heute scheinen die Projekte ja nicht gestoppt zu sein. Also man ist gegebenenfalls zufrieden mit dem Schaden, der bei der Bioenergie- und Holzenergiebranche angerichtet wird. Die Änderungen im CO2-Rechner haben übrigens einen ähnlichen Effekt, wenn man diesen sinnbefreiten Quatsch nicht stoppt. Sie sind also für den Steuerzahler extrem teuer, vernichten Arbeitsplätze und Wertschöpfungen im ländlichen Raum, bedingen ein Bürokratiemonster und bringen nichts, aber auch gar nichts für den Klima- oder Umweltschutz. Aber, Obacht, Bomben, genauso wie der Skandal um die CO2-Zertifikate in China, die Bio- und Holzenergie zugunsten der Wärmepumpenhersteller und Stromlieferanten in den Keller. Ich sage dazu im Video, ein Schelm, wer hier an gut geschmiertes Durchsetzen von Lobbyisteninteressen denkt. Oder, wie ich einen meiner Videokanäle nenne, if ideology is master, you reach disaster faster. Sagt Prof. Dr. Andreas Schulte, Inhaber des Lehrstuhls für Waldökologie, Faust- und Holzwirtschaft an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster. Ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch. Ich habe zu danken, Herr Joppa. Sie hören Kontrafunk aktuell am Dienstag. Welche Kontrolle haben Eltern über Kinder, wenn diese das Geschlecht wechseln wollen? In der Schweiz sorgt derzeit ein Fall für Aufmerksamkeit. Dort wollten die Eltern einer 13-Jährigen ihre Tochter vor den Folgen einer sogenannten Transition beschützen. Doch sowohl Schule wie auch Jugendamt und sogar ein Gericht stellten sich dagegen. Über die Hintergründe, sowie auch über das recht neue Selbstbestimmungsgesetz in Deutschland spreche ich jetzt mit dem Rechtsanwalt Dr. Felix Böllmann von der Alliance Defending Freedom, kurz ADF. Schönen guten Tag. Herr Böllmann, Ihre Organisation ist in über 100 Ländern weltweit aktiv. Sie gilt als christliche Interessengruppe und Sie bieten auch rechtlichen Beistand an. Zuerst einmal, über was für Fälle sprechen wir da im Allgemeinen? ADF International ist eine weltweit tätige rechtliche Organisation und wir unterstützen alle Menschen gerne, die mit der Religionsfreiheit in Konflikt geraten. Und das ist ein völkerrechtlich und auch nationalrechtlich garantiertes Grundrecht. Und wir gehen davon aus, und so sehen es auch die internationalen Gerichte, dass man seinen Glauben frei leben darf, gemeinsam oder auch allein. Man darf frei bekennen, man darf auch missionieren. Und alle diese Sachen sind aber natürlich nicht konfliktfrei. Und das ruft uns auf den Plan. Und so unterstützen wir Menschen bei der Ausübung ihrer Religionsfreiheit, bei der Meinungsäußerungsfreiheit und anderen Rechten, die damit im Zusammenhang stehen. Kommen wir zu dem erwähnten Fall in der Schweiz zurück. Zum Hintergrund, dort wollte eine 13-Jährige in Genf ihr Geschlecht wechseln. Und als Unterstützung wollte sie dabei sogenannte Pubertätsblocker einnehmen. Ihre Eltern lehnten das aber ab. Bei wem fand die Tochter stattdessen aber Unterstützung? Die Schule hat die Tochter maßgeblich bei der sogenannten sozialen Transition unterstützt. Das ist jetzt mittlerweile eigentlich drei Jahre her. Das Kind ist inzwischen 16 und lebt seit einem Jahr getrennt von den Eltern in einem staatlich betriebenen Jugendunterkunftsheim. Und ist dort natürlich auch dem Einfluss von Transaktivisten ausgesetzt. Und ich glaube, das ist diese Kombination, die diesen Fall so brisant macht. Gegen den erklärten Willen der Eltern kann die Schule solche Maßnahmen einleiten. Auch eine soziale Transition ist ja bereits eigentlich eine therapeutische Maßnahme. Und gegen den Willen der Eltern kann das Kind jetzt dort diesem Einfluss ausgesetzt sein. Und was vielleicht das Schlimmste ist, das Kind hatte ursprünglich psychische Probleme und bekommt diese eben nicht therapiert, sondern ihm wird eine Lösung angeboten, die vielleicht gar nicht die Lösung für seine Probleme ist. Wie wollten die Eltern denn am Anfang darauf einwirken? Was war quasi das Angebot der Eltern an ihre Tochter? Ja, da würde ich gerne nochmal einen Schritt zurück machen. Das ist ja nicht so, dass ein Kind von jetzt auf gleich sagt, ich will das Geschlecht wechseln, liebe Eltern. Da gab es ursprünglich schon psychische Probleme. Und die Eltern haben sich natürlich wie alle guten Eltern um eine Therapie bemüht. Da gab es Sitzungen mit einem Psychiater und auch mit der Schulpsychologin. Und im Laufe der Zeit gab es dann eben unter dem Einfluss insbesondere der Schule die Idee, die Lösung aller dieser Probleme könnte in einem Geschlechtswechsel liegen. Die Eltern waren da zunächst offen, die kannten sich da auch nicht aus. Die haben das zunächst erstmal so genommen, wie es an sie herangetragen wurde, haben das lokale Universitätsspital aufgesucht. Und dort war dann nach nur halbstündigem Gespräch relativ schnell klar, ja, hier liegt eine Geschlechtsdysphorie vor und das muss man therapieren, indem man dem affirmativ begegnet. Und da sind die Eltern eben erstmal stutzig geworden und haben überlegt, was bedeutet das? Diese Pubertätsblocker, wie man so leichthin sagt, sind ja schwerwiegende Eingriffe in die natürliche Entwicklung eines Jugendlichen. Und oft, das zeigen Statistikenfolgen, dann eben gegengeschlechtliche Hormone und später vielleicht sogar chirurgische Eingriffe. Und da haben die Eltern gesagt, nee, im Moment, das wollen wir nicht und hier möchten wir erstmal Stopp machen. Aber das Problem ist, wie weit diese Sache inzwischen ist, wissen wir gar nicht, weil in der Schweiz das Kind mit fortschreitendem Alter den alleinigen Zugriff auf seine Patientenakte hat und die Tochter stimmt hier nicht zu, dass die Eltern das auch sehen dürfen. Wir gehen davon aus, dass weitere Behandlungen bis jetzt noch nicht stattgefunden haben, aber die Schule hat bereits eine soziale Transition durchgeführt. Wenn ich jetzt mal überlege, drei Jahre zurück, da sind wir ja eigentlich mitten in der Corona-Zeit. Hatte das möglicherweise einen Einfluss auch auf diesen Fall? Die Eltern berichten davon, dass ihre Tochter in dieser Zeit viel Zeit alleine verbracht hat und auch viel Zeit im Internet verbracht hat. Das tun natürlich viele Teenager und das ist ein ganz typisches Symptom. Und wir haben einen Grund zu der Vermutung, dass das hier nicht ganz unwesentlich war. Nun, Sie haben es ja gesagt, lebt die Tochter seit mehr als einem Jahr getrennt von den Eltern. Sie ist ja auch bereits 16 Jahre. Was haben die Eltern denn versucht, seitdem und auch bis heute, um möglicherweise einen Einfluss auf die Tochter wiederzuerlangen? Die Eltern sind natürlich mit der Tochter in Kontakt, soweit die Tochter das will. Aber es gibt eben einen Gerichtsbeschluss aus dem Jahr 2023, der Ihnen Teile des Sorgerechts entzieht. Das ist zum einen die Auswahl der behandelnden Ärzte, die obliegt nicht mehr den Eltern. Und zum anderen ist es die Aufenthaltsbestimmung. Das heißt, die Tochter wohnt nicht mehr zu Hause und die Eltern haben sozusagen keinen direkten Umgang mehr mit dem Kind. Sie bleiben in Kontakt, sie halten die Kanäle aufrecht. Sie versuchen da im Gespräch zu bleiben, aber es gestaltet sich schwierig. Die Mutter hat mir berichtet, dass es eben sehr schwierig ist für sie, auch wenn sie die Tochter sieht, sie sei in einem nicht so guten Zustand und es würde ihr wehtun, zu sehen, wie das Kind zunehmend auch verfällt. Und das ist natürlich was, was Eltern das Herz rausreißt. Und so kämpfen die Eltern vor Gericht und auch auf anderen Kanälen eben darum, zum einen ihre Tochter wieder sehen zu dürfen, wieder bei der medizinischen Behandlung mitreden zu dürfen und überhaupt, dass dieser Spuk ein Ende hat. Welche juristischen Möglichkeiten haben denn eigentlich Eltern einer 13- bzw. dann 16-jährigen Tochter in solch einem Fall? Ja, das ist das Spannende. Kinder entwickeln sich ja und sollen natürlich auch zunehmend mit zunehmendem Alter über ihre eigenen Angelegenheiten mitbestimmen. Und das ist natürlich für Eltern auch nicht ganz einfach. Man muss da auch loslassen können. Aber wir müssen uns vergegenwärtigen, wofür wir reden. Wir reden nicht darum, ob jemand sich einen Ohrring noch stechen lässt oder sowas, sondern wir reden von Maßnahmen, die potenziell die Möglichkeit haben, zu lebenslanger Unfruchtbarkeit zu führen. Es gibt berechtigten Grund zu der Annahme, dass man sein Geschlecht einfach nicht wechseln kann, auch wenn das gerade modern ist, das zu glauben. Und auch wenn es Mediziner gibt, die das so sagen. Im ICD-11 hat ja die Geschlechtsdysphorie keinen Krankheitswert mehr. Und gleichzeitig sind es sehr aufwendige Behandlungen, die die Krankenkasse bezahlen muss. Die Hoffnung wäre, dass die Tochter von alleine versteht, worum es hier geht. Dass das Ganze eben nicht leicht zu nehmen ist, sondern ernstzunehmende Konsequenzen für ihr ganzes Leben haben kann. Und davon berichten auch sogenannte De-Transitioners, also Leute, die solche Maßnahmen an sich vollzogen haben und das jetzt zutiefst bereuen. Die Eltern sind eigentlich in der Defensive, denn man versucht sie zu verpflichten, die Personaldokumente rauszugeben, damit das Kind als nächsten Schritt eine rechtliche Transition, also eine Änderung des Geschlechtseintrags im Zivilstandsregister vornehmen kann. Dagegen setzen sie sich aktuell zur Wehr. Seit einigen Jahren gibt es ja anscheinend diesen Trend unter Jugendlichen, sein eigenes Geschlecht entweder nicht anzuerkennen oder wechseln zu wollen. Sie haben es gerade erwähnt. Unterstützung liefert da in Deutschland das kürzlich beschlossene Selbstbestimmungsgesetz der Bundesregierung. Wie bewerten Sie diesen Beschluss des Deutschen Bundeskabinetts? Ja, das ist mittlerweile tatsächlich auch vom Bundestag beschlossen und schon verkündet und tritt jetzt schrittweise in Kraft, so richtig zum November 2024. Aber die ersten Anträge, da gibt es einen Drei-Monats-Vorlauf, die wird man bereits ab August hier stellen können in Deutschland. Das bewerte ich sehr kritisch, weil mir scheint, viele Länder, die sehr Vorreiter waren auf diesem ganzen Bereich, mittlerweile zurückrudern. Und der Fall in der Schweiz zeigt, wie schwierig das ist, selbst mit 16-Jährigen solche Entscheidungen schon zu treffen, wie sie dabei Unterstützung brauchen, wie das Kindeswohl eben keine leicht zu verhandelnde Angelegenheiten ist. Das Alter nach dem deutschen Selbstbestimmungsgesetz, wo Kinder bereits allein diese Entscheidungen treffen können, zunächst mit Zustimmung der Eltern, ist 14. Und da muss man sich überlegen, was hier gemacht wird. Wir wollen plötzlich Teenagern, denen wir das Rauchen und das Trinken verbieten, die Möglichkeit geben, ihren Geschlechtseintrag zu wechseln. Im Vorfeld dieses Gesetzes wurde immer gesagt, ja, das betrifft ja nur die Eintragung im Personenstandsregister. Aber was heißt hier nur? Wir unterstützen ein Kind dabei, die Fantasie weiterzutreiben von der Möglichkeit des Wechsels des eigenen Geschlechts. Ich halte das für biologisch schlichtweg ausgeschlossen. Jede Zelle im Körper weiß, ob sie männlich oder weiblich ist. Das geht nur um den Preis lebenslanger Hormongabe. Man muss diese biologische Inschrift praktisch unterdrücken und überschreiben. Lebenslang. Das wird nie weggehen. Man kann sein Geschlecht biologisch tatsächlich nicht ändern. Was sein kann, ist, dass Menschen verunsichert sind in ihrem eigenen Geschlecht. Und natürlich brauchen sie dabei Hilfe und Unterstützung. Aber das scheint mir eher eine psychische Frage, die entsprechende Behandlung erfordert zu sein. Nun gibt es Befürworter des Gesetzes, die argumentieren, zuvor war es für Menschen, die ihr Geschlecht wechseln wollen. Und wenn es nur auf dem Papier war, eine Tortur und auch eine Schikane etwa durch die erzwungenen Gutachten, die da einzuholen waren. Was entgegnen Sie dem? Ja, da wird immer sehr schnell aufgerüstet verbal. Und da geht es um die Unzumutbarkeit und was das für eine Schikane ist. Ich denke, man muss das ganz nüchtern betrachten. Anfang der 80er Jahre, eigentlich schon in den ausgehenden 1970er Jahren, hat der Deutsche Bundestag das Transsexuellengesetz beschlossen. Und das Bundesverfassungsgericht hat im Laufe der Zeit immer mehr Paragraphen dieses Gesetzes für verfassungswidrig erklärt, um eben genau dem zu entsprechen, dass Menschen sich in ihrer Menschenwürde hier angegriffen fühlten. Das soll natürlich nicht sein. Jeder Mensch hat eine Würde, völlig unabhängig davon, wie er sich fühlt, wie er das empfindet. Die Frage ist, welches rechtspolitische Signal setzen wir, wenn wir ab 14 Jahren diesen angeblich möglichen Geschlechtswechsel jetzt schon mal rechtlich zementieren, unabhängig davon, wie die Person optisch aussieht, wie das andere auch wahrnehmen können. Und ganz spannend wird es, wenn wir dann im Selbstbestimmungsgesetz natürlich Dritte verpflichten, die nur selbstempfundene Geschlechtsidentität eines anderen auch zu bestätigen. Da sind also Bußgelder im Gespräch. Wenn man etwa jemanden mit dem früheren Namen anreden würde, sobald man das weiß, dass das nicht mehr gewünscht ist, würde man sich da ordnungswidrig verhalten. Und das ist natürlich sehr, sehr interessant, ob man als Gesellschaft so weit gehen möchte, an objektiv nicht sichtbare Dinge, Rechtsfolgen zu knüpfen, die allein der oder die Betroffene kennen kann. Abschließend, Herr Böllmann, Sie selbst sind Rechtsanwalt. Sie leiten für die ADF auch die Rechtsabteilung in Wien. Welche juristischen Schwierigkeiten und auch Konsequenzen sehen Sie dann ganz aktuell mit dem Selbstbestimmungsgesetz auch in der Zukunft? Und vielleicht kleiner Seitenaspekt noch, auch was Kriminalität angeht, könnte das Selbstbestimmungsgesetz ja Tür und Tor öffnen. Das Geschlechtsmerkmal im Zivilstandsregister hat natürlich eine Funktion. Zum Beispiel, Sie sparen das Strafrecht an bei der Täterbeschreibung. Ob man einen männlichen oder einen weiblichen Täter sucht, kann ja durchaus für die Fahndung relevant sein. Und insofern ist das natürlich eine Frage, ob jemand hier seine Identität verschleiern kann. Das wären aber die Missbrauchsfälle. Dieses Gesetz hat natürlich zunächst die Leute im Blick, die davon betroffen sind und die eine Verunsicherung ob das eigene Geschlechts erfahren. Und man hat sich natürlich auch bemüht, seitens des Justizministeriums insbesondere Missbrauch da auszuschließen. Das hat man durch Fristen geregelt. Man kann das nicht beliebig oft machen. Man kann mal nicht eben schnell hingehen, sondern das braucht drei Monate Vorlauf. Also insoweit hat das Gesetz offensichtlich die Gefahr schon gesehen und hat versucht, sie zu bannen. Was mich vielmehr irritiert ist, dass das Gesetz überhaupt davon ausgeht, dass man sein Geschlecht ändern könne und dass man Rechtsfolgen, ganz handfeste Rechtsfolgen eben an rein subjektiv empfundene Zustände anknüpft. Das scheint mir kritikwürdig. Das scheint mir ein Irrweg zu sein. Das ist auch ein Ausreiser in unsere Rechtsordnung. Und dagegen würde ich mich ganz deutlich aussprechen. Und zwar um der Betroffenen willen. Man kann sein Geschlecht nicht wechseln. Und wenn wir Leuten auf diesem Weg einfach die Wege ebnen und ihnen suggerieren, das sei möglich, dann bringen wir sie weiter weg von der eigentlichen Lösung für ihre Probleme, die sie verdient haben. Sagt Dr. Felix Böllmann von der Alliance Defending Freedom International. Herr Böllmann, ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Einschätzung. Ich danke Ihnen. Sie hören Kontrafunk aktuell am Dienstag. Die Meinungsfreiheit ist ein hohes Gut. Aber anscheinend nur so lange, wie die erklärte Meinung den Narrativen von Politik und Medien entspricht. So werden etwa Beiträge auf Social-Media-Plattformen gelöscht, die den Veröffentlichungen der Weltgesundheitsorganisation WHO widersprechen. Von dieser Zensur waren auch während der Corona-Zeit zigtausende Menschen betroffen. So auch der Immobilienunternehmer Jörg Kuttig. Wie er sich dagegen zur Wehr setzte, das möchte ich jetzt mit ihm besprechen. Schönen guten Tag, Herr Kuttig. Schönen guten Tag, Herr Joppa. Herr Kuttig, Sie führen ein mittelständisches Familienunternehmen. Sie entwickeln und verwalten Immobilien. Warum haben Sie sich in dieser Rolle überhaupt ausgiebig mit der Corona-Thematik beschäftigt? Ich muss mich aus drei Gründen als Unternehmer intensiv mit Corona auseinandersetzen. Der eine Grund war, dass wir mehrere tausend Gutachten im Jahr erstellen, wobei mit den meisten Gutachten eine Objektbesichtigung verbunden ist, bei der es zu Kontakt unserer Sachverständigen mit anderen Menschen kommt. Wegen meiner Fürsorgepflicht musste ich einschätzen, welche Risiken damit für unsere Mitarbeiter und die anderen Beteiligten verbunden sind. Der zweite Grund war, dass viele unserer Mitarbeiter Kinder haben und die durch die Kita, Schul- und Hochschulschließungen stark belastet waren. Deshalb musste ich zu einer Einschätzung kommen, wie lange die Schließungen anhalten würden, auch um Entscheidungen treffen zu können im Bereich Homeoffice. Der dritte Grund kam dann im weiteren Verlauf der Corona-Krise auf, als ich Entscheidungen zur Impfung treffen musste. Zum Beispiel die, ob wir als Unternehmen unseren Mitarbeitern Impfangebote unterbreiten. Das heißt, Sie haben sich also ausgiebig mit der Corona-Thematik auseinandergesetzt. Was haben Ihre Recherchen denn dann dazu ergeben? Na, zunächst bin ich zu dem Ergebnis gekommen, dass die nach dem ersten Lockdown ergriffenen Corona-Maßnahmen, also die nicht-pharmazeutischen Corona-Maßnahmen, unverhältnismäßig waren. Insbesondere die Kita-, Schul- und Hochschulschließungen. Später bin ich auch noch zu dem Ergebnis gekommen, dass die Sicherheit der neuartigen Impfstoffe zweifelhaft ist. Sie wollten ja mit Ihren Erkenntnissen dann an die Öffentlichkeit gehen. War denn da dann sofort Social Media in Ihrem Kopf, also Social Media-Kanäle? Oder haben Sie sich zunächst an Freunde und Bekannte gewendet oder eben auch an Ihre Mitarbeiter? Ja, also zunächst mal habe ich mich an den engeren Familienkreis gewendet, dann an einen weiteren Familienkreis, dann an die Mitarbeiter. Die habe ich über meine Erkenntnisse informiert per Rundmails. Ich habe generell dazu geraten, Respekt vor dem Virus zu haben, aber nicht in Panik zu verfallen. Und dann bin ich aber in die Öffentlichkeit gegangen, weil unser Unternehmen ist nun mal Teil der Gesamtgesellschaft. Und die war nach entsprechenden Kampagnen bestimmter Politiker und der herkömmlichen Leitmedien in weiten Teilen von einer überzogenen Angst erfasst. Daraus habe ich dann den Schluss gezogen, gesamtgesellschaftlich wirken zu müssen, um im Unternehmen etwas erreichen zu können. Außerdem bin ich ja nicht nur Arbeitgeber, sondern auch Vater und Staatsbürger. Und auch in diesen Rollen habe ich mich verpflichtet gesehen, an die Öffentlichkeit zu gehen. Dann kurze Nachfrage. Wie ist denn Ihre Information über Corona bei den Familienmitgliedern und auch bei den Mitarbeitern angekommen? Also ich habe ja versucht, immer neutral zu informieren. Also ich habe ja keine Empfehlungen abgegeben, lasst euch impfen oder lasst euch nicht impfen, sondern ich habe nur über meine Erkenntnisse informiert beziehungsweise darüber informiert, dass es eben auch noch andere Stimmen gibt, als die in den herkömmlichen Leitmedien. Weil viele Menschen in meinem Umfeld, also ganz konkret auch meine Eltern zum Beispiel, informieren sich ja nur über öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalten. Und die Informationslage dort war ja doch sehr einseitig. Und deshalb habe ich dort nur vorsichtig auf andere Informationen hingewiesen. Und das ist eigentlich in aller Regel relativ dankbar aufgenommen worden, interessiert, würde ich sagen. Und dann sind Sie zur Plattform LinkedIn gegangen und haben dort Ihren Account gewählt, um dort eben auch Corona-Themen zu posten. Warum eigentlich genau diese Plattform und was haben Sie da veröffentlicht? Also LinkedIn war die einzige Plattform, auf der ich gut vernetzt war als Geschäftsmann. Das ist ja so eine Art Facebook für Geschäftsleute. Und deshalb ging ich auch davon aus, dass auf LinkedIn eher eine sachliche Diskussion möglich sein würde als auf Facebook. Vor allem wollte ich nicht anonym auftreten, wie es zum Beispiel sehr viele Leute auf Twitter oder auch heutzutage X tun. Auf LinkedIn sieht man meinen Namen, meinen ganzen Lebenslauf. Und es ist offensichtlich, dass man meine Beiträge nicht einfach als Veröffentlichung eines Schwurblers oder gar eines Nazis abtun kann. Also, dass sie es verdienen, ernst genommen zu werden. Und Sie haben ja gerade schon gesagt, wenn Sie Ihre Familie oder Mitarbeiter informiert haben, dann war es auch häufig nicht ein Du musst oder Du sollst, sondern diese Erkenntnisse gibt es. Entspricht das auch dem, was Sie auf LinkedIn geteilt haben? Ja, genau. Also insgesamt habe ich von Juni 2020 bis zur Profilsperrung Mitte April 2022 etwa 400 Beiträge zu dem Thema Corona gepostet. In den allermeisten Fällen bin ich da bei einem festen Schema gefolgt. Ich habe zitiert, was eine Person oder Personengruppe gesagt oder geschrieben hat, habe die Quelle verlinkt und ein Foto von der Person beziehungsweise Personengruppe dazugefügt. Von welchen Personen sprechen wir hier? Was für Beiträge waren das? Das waren in erster Linie Mediziner und Naturwissenschaftler wie Kathi Schäpes, John Ioannidis, Jay Batakaya, Martin Haditsch, Surarit Bhakti und Stefan Hockertz, die ich zitiert habe. Als dann später das Thema Impfpflicht aufkam, habe ich auch Juristen zitiert wie Katrin Gierhack, Gerd Morgenthaler, Kai Möller, Dietrich Morswig, Rupert Scholz und Hans-Jürgen Papier. Aber auch Politiker und zwar über fast das gesamte Spektrum hinweg sozusagen, das im Bundestag vertretene Spektrum, also Tabea Rösner von den Grünen, Gregor Gysi von den Linken, Wolfgang Kubicki von der FDP, Jens Köppen von der CDU und Alice Weidel von der AfD. Nun könnte ich mir vorstellen, dass vielleicht nicht gerade die politischen, etwa die Beiträge der FDP, gelöscht wurden. Welche Beiträge sind denn auf LinkedIn dann von Ihnen verschwunden? Worum ging es da? Und wie lautete vor allem die Begründung der Löschung? Ja, von den etwa 400 Beiträgen sind genau 15 gelöscht worden und acht von den 15 sind sogar jeweils kurzfristig wieder zur Verfügung gestellt worden, nachdem ich Einspruch eingelegt hatte. Nur die letzten drei gelöschten Beiträge hat LinkedIn zur Begründung der Profilsperre herangezogen. Diese drei sind dementsprechend am Gegenstand des Gerichtsverfahrens vor dem Landgericht Berlin geworden, in dem ich halt auf Wiederherstellung des Profils und dieser Beiträge geklagt habe. Und in diesen Beiträgen ging es um das Thema Nebenwirkungen der Impfung. Also ich habe diese drei Beiträge im Vorfeld der am 7. April 2022 im Deutschen Bundestag durchgeführten Abstimmung über die allgemeine gesetzliche Impfpflicht gepostet. Im ersten Beitrag hatte ich aus einem in der Berliner Zeitung veröffentlichten Artikel zitiert, der Autor hatte geschrieben, dass er seit seiner Impfung unter neurologischen Problemen leidet und er hatte einfach eine Frage gestellt und die diskutiert. Die Frage lautete, wie reagieren wir also, wenn sich nun herausstellt, dass die Impfstoffe nicht halten, was wir von ihnen erwartet haben. In dem zweiten Beitrag hatte ich aus einem offenen Brief einer Gruppe von mehreren Dutzend Wissenschaftlern zitiert. In dem dritten aus einem offenen Brief des Netzwerks kritischer Richter und Staatsanwälte. Die beiden offenen Briefe waren alle an die Mitglieder des Bundestages gerichtet. Und in beiden Briefen wurde halt dargelegt, warum eine allgemeine gesetzliche Impfpflicht nicht verfassungsgemäß gewesen wäre. Und wie lautete dann die Begründung von LinkedIn, dass das Ganze dann gelöscht wurde? Lassen Sie mich raten, es hat mit der WHO zu tun. Ja, also LinkedIn hat zunächst mal eigentlich nur gesagt, das sind Falschinformationen und hat das nicht weiter begründet, auch auf Nachfrage nicht, auch auf Einspruch nicht. Die Begründung mit der WHO, die kam dann erst im Laufe des Gerichtsverfahrens. Da hat LinkedIn dann gesagt, dass in diesen Beiträgen Informationen enthalten sind, die den Positionen der WHO widersprechen und dass die damit gelöscht werden dürfen. Die Besonderheit hier in diesem Fall war wohl auch so ein bisschen, dass während des Gerichtsverfahrens der Digital Services Act wirksam geworden ist in Deutschland. der kommt ja eigentlich aus Brüssel. Den hat die Richterin am Landgericht dann dem Urteil zugrunde gelegt. Und nach diesem DSA, Digital Services Act, darf eben jede Plattform, nicht nur LinkedIn, sondern jede andere Plattform auch, die Position der WHO zum Maßstab nehmen für Löschung. Also wenn die WHO einen Impfstoff für wirksam und sicher hält, dann darf man das auf LinkedIn nicht infrage stellen, auch nicht im Rahmen einer Diskussion über die Frage nach der Verfassungsmäßigkeit einer allgemeinen gesetzlichen Impfpflicht. Nun sind Gerichtsverfahren ja eigentlich immer recht aufwendig. Man muss auch häufig Geld investieren, um vor Gericht zu ziehen. Sie selbst haben aber für sich entschieden, Sie wollen gegen dieses Urteil in Berufung gehen, vor dem Kammergericht in Berlin. Warum haben Sie sich für diesen Schritt entschieden? Ja, weil ich glaube, dass das im allgemeinen Interesse liegt. Also es geht hier ja nicht nur um mein Profil und um diese, meine drei Beiträge, sondern es geht, wie gesagt, um alle Plattformen. Es geht um die Beiträge aller Nutzer. Und das kann es einfach meines Erachtens nicht sein, dass jetzt die WHO bestimmt, was in Deutschland gesagt werden darf, von wem auch immer, auf den sozialen Medien, die ja heutzutage extrem weit verbreitet sind. Und auch ein wichtiger Baustein sind der Meinungsbildung innerhalb der Gesellschaft. Warum sehen Sie die Weltgesundheitsorganisation so kritisch? Da gibt es viele Gründe. Also zunächst einmal ist das ja unwissenschaftlich. Man muss sich ja vor Augen halten, dass das Verbot der WHO zu widersprechen nicht nur für Laien, wie mich gelten würde, sondern auch für Fachleute. Dann ist die WHO ja auch gar keine wissenschaftliche Einrichtung eigentlich, sondern eine Behörde. In jedem Fall aber ist sie ja nicht allwissend. Also sie ist nicht unfehlbar. Ja, tatsächlich gilt ja die WHO auch auf Social-Media-Plattformen wie LinkedIn, aber auch Facebook und YouTube als maßgebliche Institution für Meinungsfreiheit. Das Wort ist also Gesetz. Also das müsste sich Ihrer Meinung nach grundlegend und umgehend ändern. Meines Erachtens ja. Die WHO ist nicht demokratisch legitimiert. Also sie ist eine Behörde der UNO und in der UNO sind die vollständig demokratisch verfassten Staaten wie Deutschland eine kleine Minderheit. Also schon allein deshalb kann es nicht sein, dass über die WHO unser Grundrecht auf Meinungsfreiheit beschnitten wird. Mehrere Juristen aus meinem Umfeld vertreten die Ansicht, dass entweder der DSA, also dieser Digital Services Act, im Ganzen verfassungswidrig ist, oder aber die Auslegung des DSL durch das Landgericht Berlin. Und das entspricht auch meinem laienhaften Rechtsgefühl. Abschließend, Herr Kuttig, neben den Online-Plattformen gibt es ja auch in den großen deutschen Medien keinen Zweifel an den Darstellungen der WHO. Wie nehmen Sie die Berichterstattung von öffentlich-rechtlichen oder auch privaten Redaktionen da wahr? Ja, da gibt es eine Veränderung meines Erachtens. Also vor der Corona-Krise gab es schon Kritik. Also es gab zum Beispiel 2017 Beate einen kritischen Bericht zu dem Thema. Da hat die Zeit damals den Film besprochen und den Artikel überschrieben mit Der heimliche WHO-Chef heißt Bill Gates. Jetzt gibt es nur noch vereinzelte Lichtblicke. 2022 gab es in der Welt einen Artikel mit der Überschrift Globale Corona-Politik, die Machtmaschine des Bill Gates. Und 2023 hat die Frankfurter Allgemeine Zeitung einen Artikel unter der Überschrift die umstrittene Macht der Milliardäre veröffentlicht. Aber eigentlich müsste es ja in den Medien einen Sturm der Entrüstung geben. Und stattdessen lässt sich halt zum Beispiel der Spiegel Millionen von Bill Gates überweisen. Also da bleibt uns nur die Hoffnung auf massenhafte Verbreitung neuer Medien wie Kontrafunk. Von daher wünsche ich Ihnen auch schon im eigenen Interesse viel Erfolg. Das ist ein gutes Schlusswort. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dem Immobilienunternehmer Jörg Kuttig für das Gespräch. Herzlichen Dank. Ich danke auch. Tschüss, Herr Jopper. Sie hören Kontrafunk aktuell am Dienstag. Seit einer Woche gehen viele Menschen in Großbritannien auf die Straße, um gegen die Asylpolitik des Landes zu protestieren. Dabei kommt es auch immer wieder zu massiven Ausschreitungen auf beiden Seiten. Hören Sie dazu einen Kommentar von Daniel Matissek. Vor 56 Jahren hielt der konservative britische Politiker Enoch Powell eine der wohl prophetischsten Reden aller Zeiten. Mit seiner düsteren Warnung die anhaltende Immigration ins Vereinigte Königreich werde der einst in Strömen von Blut enden, nahm er verstörend präzise vorweg, was sich heute in den Straßen von Leeds, Southport, Stoke-on-Trent oder London abspielt. Das Problem waren und sind dabei nicht die produktiven, gut integrierten Einwanderer aus Indien oder Burma. Das waren und sind strenggläubige Muslime und bildungsferner, oft gewaltsozialisierte Afrikaner. Der bestialische Dreifachmord durch einen ruandischstämmigen Mann an drei jungen Mädchen von Southport könnte tatsächlich der Zündfunke an einem Pulverfass gewesen sein. Überall in den Großbritannien erheben sich indigene Einheimische, deren Geduld und Leidensdruck am Limit sind und setzen sich gegen eine Politik des Heimatverlustes und der erodierenden öffentlichen Sicherheit zur Wehr. Sie begehren gegen das auf, was sie als Islamisierung und Überfremdung erleben. Denn es ist eine Tatsache, dass es in immer mehr britischen Stadtvierteln fast keine Engländer mehr gibt. Die Parallelgesellschaften sind längst die neue Leitkultur. Wir haben es längst nicht mehr mit Einwanderung und ihren Folgen zu tun, sondern mit einer Invasion, deren Ziel ist nicht nur in Großbritannien, sondern auch in Frankreich, Deutschland, Spanien und Italien ist, die Traditionen und Kultur der europäischen Völker auszulöschen. Die Ströme von Blut rauschen tatsächlich längst durch unsere Städte, nicht nur in Birmingham und London und Paris, sondern auch durch Würzburg, Mannheim oder Stuttgart. Dass es irgendwann den einen Messermord zu viel gibt, der das Fass zum Überlaufen bringt, ist überhaupt kein Wunder. Man wundert sich allein, dass es nicht viel früher passiert ist. So gesehen dürfte uns England nur um wenige Jahre voraus sein. Den etablierten Medien auf der Insel, vor allem aber auch im deutschsprachigen Raum, fällt in dieser Krisensituation wie üblich nichts anderes ein, als die Wirklichkeit zu klittern und die Verzweiflung der Menschen, die die bunten und vielfältigen Bedingungen des täglichen Zusammenlebens täglich neu aushandeln sollen, als rechtsextrem und borniert zu framen. Ohne Zweifel, natürlich mischen sich in die Proteste auch Rechtsradikale und Rassisten, doch das ändert nichts am nachvollziehbaren Impuls einer einst schweigenden, nun immer lauter werdenden Mehrheit. Aus Bürgern werden Wutbürger und wieder einmal werden sie von Politik und Medien pauschal zum braunen Krawallmob gestempelt. Das dahinterstehende leidige Muster ist uralt und es wurde auch schon zu Enoch Powells Zeiten praktiziert. Powell selbst musste sich 1971 in der Dick Cavill Show im amerikanischen Fernsehen in maximaler Verunsachlichung seiner berechtigten Kritik vorhalten lassen, dass ihm der damalige Führer der britischen Skinheads applaudiert habe. Powells verteidigender Hinweis, lediglich das ausgesprochen zu haben, was 90% seiner Landsleute fühlten, sich aber nicht zu sagen wagen, wurde ebenso überhört, wie wir dies heute im Umgang mit Nigel Farage in England oder AfD-Politikern in Deutschland kennen. Was immer sie sagen, es muss radikal sein. Sachliche Debatten über Abschiebung illegaler Migranten werden zu Geheimkonferenzen über Deportation umgelogen. Die Hinterfragung einer allzu fahrlässigen Einbürgerungspolitik wird als Rassismus gestempelt. Wir kennen dies noch zu gut von der Vornamendebatte nach den Berliner Silvesterkrawallen. Tatsächlich dient die dank Ampel ab sofort mögliche Turbo-Eindeutschung von Migranten, gerne auch per Doppelpass, genau diesem Ziel. Die Kriminalstatistik zu entschärfen, indem man aus Ausländerkriminalität Inländerkriminalität macht. Die Probleme werden damit natürlich nur kaschiert. In England geschieht seit Jahren dasselbe. Der erst vor einem Monat ins Amt gekommene linke Labour-Premierminister Keir Starmer tut alles, um die mehr vom rechtsradikalen Großangriff auf angebliche britische Landsleute mit der falschen Hautfarbe oder Religion zu bestärken. Natürlich ist für ihn auch nicht der Islam, sondern Islamophobie eines der größten Probleme unserer Zeit. Muslime, sagt er, könnten sich nicht mehr frei in ihrer Nachbarschaft bewegen. Ernsthaft behauptet er, Zuwanderer leben nicht mehr sicher. Welch ein Hohn angesichts des Blutbads von Southport und ungezügelter landesweiter Einwanderergewalt. Die angebliche Pogromstimmung gegen Zuwanderer ist in Wahrheit längst ins genaue Gegenteil umgeschlagen. Das Netz ist voll von Videos, in denen sich teils mit Echsen, Hämmern, Messern und Macheten ausgerüstete, Allahu Akbar brüllende Migrantengruppen zu regelrechten Milizen formieren. Autochthone Briten werden durch die eigenen Städte gejagt, die die Migranten längst für sich beanspruchen. Die aktuellen Unruhen sind bereits mehr von dieser anti-britisch-anti-westlichen Intifada dominiert, als von britischen Blutbürgern. Kein Wort dazu, natürlich von deutschen Qualitätsmedien. Aber auch das hat Methode. Man denke nur zurück an Chemnitz 2018, als die Trauerbekundungen und Proteste entsetzte der Bürger nach der Ermordung eines Deutsch-Kurbaners durch einen syrischen Serienstraftäter, durch Angela Merkel und ihre Hofmedien zu ausländerfeindlichen Hetzjagden umgedichtet wurden. Geschichte wiederholt sich. Sie hören Kontrafunk aktuell und damit ist diese Ausgabe auch schon wieder am Ende angekommen. Und wenn Ihnen gefallen hat, was Sie heute oder auch generell im Kontrafunk hören, dann würden wir uns natürlich sehr über Ihre Unterstützung freuen. Alle Informationen über die Unterstützungsmöglichkeiten finden Sie wie immer auf kontrafunk.radio. Vielen Dank an alle, die bereits dabei sind. Heute Abend erwartet Sie um 20.05 Uhr in unserem Programm eine neue Ausgabe von Hallo Kontrafunk, diesmal mit dem Moderator und Satiriker Joachim Winter. Wenn Sie live mit ihm sprechen möchten, dann gebe ich Ihnen jetzt die Telefonnummer 00800 00900 Die Nummer ist kostenlos in Deutschland, Österreich und der Schweiz erreichbar. 00800 00900 Hallo Kontrafunk, heute um 20.05 Uhr. Mein Name ist Marcel Joppa und ich verabschiede mich an dieser Stelle wieder von Ihnen. Ich sage Tschüss, bis dahin und machen Sie es gut. Wir versorgen Sie täglich mit Informationen frei von Lügen, Humbug und Gedudel. Bitte unterstützen Sie uns mit einer Spende oder abonnieren Sie den Kontrafunk-Rundfunk-Beitrag www.kontrafunk.radio www.kontrafunk.cz Freue